Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays Leute Ja, die Beta ist leider erstmal vorbei bis nächste Woche eine, deswegen gibt es heute eine Runde Fortnite Und zwar habe ich hier drei Runden mit Carmo, wir wollten unbedingt diesen Sieg Erste Runde war von mir richtig gut, zweite Runde war von ihm richtig Choke Und dritte Runde haben wir es dann endlich geschafft Leute Ist ein richtig cooles Video, ich finde Carmo und ich harmonieren auf Nohomo Basis natürlich ziemlich nice in diesen Runden Viel Spaß dabei, lasst ein Like da, let's go Ich fühle mich jetzt ready für Tilted Ja, ok, let's go Jetzt kommt das 20-Kill-Gameplay endlich So, wenn du jetzt 20-Kills machst Ja Dann bist du eine Maschine, Digga Na, was ist der Wett eigentlich? Er hat schon noch, dass ich sage, 200€ oder so Oh shit, Digga Junge, die sind so on me, Alter Die denken, dass ich hier einmal ein Nose bin, bloß der Freak ist Oh, Digga, ich habe zwei geholt, aber ich bin lost Ich habe beide down bei mir, noch einer bei mir Ich habe ihn auch noch down, Digga Nice, Mann Wow, was für ein Start wieder 20-Kill-Gameplay war doch 200€, oder? Schön, Digga, als ob ich das schlafen kann Ja, können wir machen, Digga Okay, gut Willst du mit mir in den Keller? Was willst du denn mit mir im Keller machen, Digga? Hier ist einer im Park, im Park, im Park Oh, hier ist ein Madcat Was ist denn, was laberst du, Junge? Haha Im Park ist einer Nope One-Shot, sein Großvater im Park Ganz kurz, klar Er haut ab, Digga Er zieht durch, Digga, ich glaube es nicht Oh, Mann Er ist so one-Shot, das ist so lächerlich Digga, dass ich den nicht gekriegt habe, regt mich so auf RPG Ich treffe ihn, okay, wollen wir los? Jo Richtung D, Alter Ja, ich habe gegen deinen Treffer geschossen Habe den einen Hilfe, Hilfe, Hilfe Das war jetzt Nice Oh, Mads, ich habe nichts, Digga Nichts Ist du Raketen zufällig aufgehoben? Ich schon mal gleich Ich bin nicht pushen, aber sieben Kills habe ich schon Ach, hier sind noch zwei Gegner vor mir Ich habe keine Jo, der wollte mich snipen, der Schläge Er baut einfach nicht Einen habe ich von denen Au, Digga Ist hier vor mir Wahrscheinlich war das kein Headshot mit der Digga, oder? Also Kill-Dual führe ich ja mal easy, Digga Krass, Digga Enttilted ist einer Wir haben gerade unser Jump-Edge-Ust Neben ihm landet noch einer Neben ihm landet noch einer Und da, einer snipet noch Ach, Bruder, ich habe seinen Scheiß enthüllt Ich habe halt Retalk nichts mehr mit der Schläge von heute Ich glaube, die sind über uns jetzt Ja, der eine ist ein Bursch, Bruder Aber er ist der beste Bursch der Welt, Bruder Nicht der Bursch Wahrscheinlich, Digga Hast du den auch noch gewollt hier? Ja, ja, ja Lügt sich nicht, ne? Oh, Mann, Digga Ab ihn Oh, er wird sich hier Oh, das war so big Ja, weil das gerade sind Anders glaube ich auch hier oben Er hat ein helles Leben Hinter dir Ab ihn Ich brauche Hilfe dir, ich habe die beide gut angehittet Ich brauche Hilfe dir, ich habe die beide gut angehittet Kram, Moment Das ist mein Kill, Digga Warte Wer hat jetzt noch auf uns geschossen? Was? Von wo, von von wo, von wo? Ach mein Gott, Digga So, um meine Fresse Äh, von bestem Schnell, Bruder, bau mich ein Nein Bi? Der will mich finishen Nein Digga Jetzt war ich gerade da, Digga Okay, warte, ich versuch den Ruin zu holen, okay? Jetzt ist meine Zeit gekommen, Bruder. Das ist direkt hinter dir oben, ne? Du musst aufpassen. Ich hab irgendwen aber hier gehört bei mir. Da unten. Ja, ich hab ihn auch gehört, da unten, ja. Das Ding, wenn du jetzt fightest gegen den, dann kommen die anderen von denen und schauben nicht auf ihn. Einer ist genockt. Digga! Digga, Carmo, ich bin aufgeregt, du siehst das. Ich merk schon, Digga. Ist aber ein W2, Digga. Ja, gefällt mir, gefällt mir, push weiter hoch da. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nice, Digga, nice. Nicht zu viel, äh, scaffen, Digga. Nein! Nein, Digga, er war so wie. Nein, Digga. Hättest du erst mit der Shotgun auf den Geschoss und dann mit der SCAR, dann hättest du, glaube ich, echt gekauft. Oh, fuck, Digga. Ja, ich hätte nicht nur SCAR nutzen dürfen. Fuck. Das ist jetzt das erste Haus direkt, das große Hochhaus. Digga, ich muss den Typen nennen. Das war's komplett, ich bin auch abgebogen. Yo, was ist da oben los, Digga? Alle springen runter. Einen hab ich. Immer noch genug. Beide. Nein. Oh, ne. Danke. Oben One Shot, Digga. Scheiße, Digga. Einer kommt die Treppen hoch hinter dir. Nein. Wie kannst du mir klauen, Digga? Das geht nicht. Hätt mich so ausprobiert. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hätt so meine Ehre genommen. Hätt so meine Ehre genommen. Ich hab ihn nicht irgendwo. Dafür hast du mich doch im Team, Bruder. Ja, Mann. Du hast mich gesaved. Hast du noch irgendwas? Ne. Was krieg ich jetzt da hinten? Ist einer, wenn ich jetzt mit dem Ding killen mache? Ich hab ihn 100 Schaden gegeben. Mann, Digga, man kann links einfach nicht picken. Du hast keine Chance. Alter, die sind im Haus. Nein, hab ich gesniped, Digga. No way, Digga. Das ist halt wieder mal unglaublich. Ich werde jetzt von der Mitte gefinished. Vielleicht, ich verfiss mich. Ja, der versucht's. Ja, natürlich. A few moments later. Was? Ich wollt ihn noch mal trollen, Digga. Kamo, der wärste Spieler der Welt. Aber reicht nicht für Jack, Blackjack 1989, der doppelt so alt ist wie du, Digga. Digga, weißt du, was richtig traurig ist, Mann? Was denn? Wenn wir morgen früh um 8 Uhr essen gehen würden, wär's für mich Frühstück und für dich wär's einfach Abendessen, Digga. Weil wir einfach, wir leben zwar nur vier Minuten auseinander, aber eigentlich leben wir einfach in Australien und Japan, Alter. Geiler Blumen. Warte, warte. Ich hab's noch Kamakas hier. Oh, ich hab halt einen Bubi geworfen. Nice, Marcel. Hey, ich hab dich grad abgenutzt. Ja, Mann, Digga, langsam fucken mich das ab, ich mach das wieder aus, Mann. Standardmäßig sprinten, was für ne Scheiß, Mann. Meinst du auch mal, ich schleiche nur, ich weiß doch warum, Digga. Es wurde bewiesen, dass Leute, die überhaupt sprinten in Games, die deutlich schlechteren Spieler sind. Welche Studie hattest du belegt, Digga? Hm, das war Oxford, glaub ich. Achja, die Oxford Studie, wer kennst du die nicht? Ne, ne, von der Oxford Universität durchgeführt. Ja, klar. Das war von Dr. Walter Waterman damals. Ioooh, wahrscheinlich, ja. Die haben beide unsere Kills gemerkt. Wie hab ich das muss man sein, Digga? In echt wirst du wahrscheinlich noch nie tanzen oder lange nicht mehr, Digga. Aber Endgame geht's schon komplett ab, Digga. Kann ich nicht tanzen, Digga. Hast du, warst du auf deinem Abi-Ball? Ne, war ich nicht. Ich wusstest, Digga, du, no hand. Ich auch nicht, Digga. Ich hab so ein Mädchen gefragt, ob sie mit mir gehen will. Weißt du was, sie hat einfach gesagt, süß von dir, hat mich umarmt. Und dann, und dann hab ich später auf der Liste gesehen, dass sie mit einem anderen Mädchen lieber hängen geht, als mit mir. Und dann hat mich so ein hässliches Mädchen gefragt, weil sie anscheinend auch keine hatte, mit mich lieber gar nicht gegangen. Hab ich ihm was ausredet? Und hast du ja gesagt. Nein, 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 ich bin gar nicht gegangen. Oh, warst du ne Runde schon wieder, Digga. Machst du ja jetzt schon wieder doppelt so viel Kills wie ich. Naja, die letzten Runden laufen, Digga. Wie findest du mein Versteck? Hm? Wie findest du mein Versteck? Ist gut, ne? Unauffällig. Schau mal, so bauen sich Schwitzer runter. Bauen immer einen Boden und additen den dann. Da kannst du direkt feststellen, da in der Nähe von diesem Berg ist ein Schwitzer. Ja. Das heißt, wir werden unseren Laufweg jetzt ändern und hier links rum gehen. Ich geh rechts lieber hin. Gehst du links? Ne, auch rechts, ne? Ja, lass einfach straight reingehen, YOLO. Einfach in die Mitte und einfach tanzen. Echt? Wollen wir das machen? Nein, jetzt genau ausgerechnet. Jetzt chauke ich. Der hat zwei Headshots kassiert, der eine. Muss mich heilen. Die könnten mich pushen, Digga. Das war so klar, Digga. Was ein kleiner Schlinge. Hilfe, 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 Hilfe. Bruder. Schießt du überhaupt nicht auf mich schießen? Ne, ne, ich bin grad mit dem hier am Pfeil. Nice, freut mich. Nein. Da ist eines unter mir direkt. Ja, ich schauke wieder mal. Weil hier wieder alles mit irgendwelchen Dächern zugebaut ist. Hast du beide? Jo. Ok, ich brauche mehr jetzt. Nein, ich sterbe bitte. Oh Gott. Jetzt müssen wir aber mal den Wind holen. Lass mal auf Lootjobs gehen. Wir brauchen mehr Leben. Ne. Einer ist direkt vor mir in der Ruine. Und einer ist noch weiter hinten. Den habe ich. Krass, Digga. Das ist auch wie immer sowas von meinen Kill gewesen. Der hat Hard Hits bekommen, der Rechte. Ich weiß nicht, ob das nur... Hier oben ist keiner. Hab ihn. Oh mein Gott, das ist der Beste. Digga, ist das ein nerviger Hundesund. Hier sind Fallen drin. Achso, das ist ein Deiner. Das ist meine. Er ist unter mir. Unter mir. Muss ja kurz im Nies gehen, Digga. Oh stimmt, Digga. Jetzt aber. Wenn der mich holt, dann gehe ich halt aufleinen. Okay. Ja, wo ist der denn? Komplett reingeschissen, Bruder. Wir haben den epischen Sieg. Jaaaa. Epischer Sieg. Ein epischer Sieg, Digga. Okay Leute, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert Kamo. Haut rein und ciao.